oh da ist er wieder also alle daran gekoppelt das ist hier meine kleine neuheit laderegler solar plus ladegerät die akkus wenn mal keine sonne ist so hier sieht so ein bisschen komisch aus nichts waren alle drum alles soweit wieder angeschlossen wie es früher einmal 35 prozent es geht was geht ab und dann wird sie hier naja gut war noch nicht ganz so viele dran aber jetzt kommt erst mal alles rein so der ist auch wieder dran den habe jetzt hier daran noch nicht angeschlossen muss er noch anschließen und für die kleine überwachung für ihn da unten mal gucken was der mit frisst aber werden wir sehen so dort erst mal morgen wird weiter gemacht kommt noch meine windkraftanlage genau darunter die auch dran habe schon installiert muss ich oben wieder alles abbauen holt dies kommt da unten dran wird das werden wir morgen machen spätestens übermorgen ist ja ein bisschen kabel zu verlegen wo das wort erstmal das läuft alles haben noch schöne spannung 12,3 volt das geht gut das war es erstmal bis morgen wir sehen zwei � partici 2 2 3 3 0 Vielen Dank.